wenn die nacht in berlin angekommen ist und damit beginne ich damit mit diesem wunderschönen satz hallo und ein herzlich willkommen zurück zu let's play der was ja heute mit einem anderen betriebslauf betriebsplan und zwar mit wir fahren heute mit der nachtlinie sogar zum ersten mal wir fahren heute mit die nk 20 von uberhof oder mecker witze wie wissen und wir fahren heute mit dem scania also ich würde sagen ich stecke schon ein ich starte schon mal die elektronik obwohl mein link hat wieder an diese folge wird da wird in gesamt hin und zurück tour gehen so stadt die stadt sport der motor ich kann nicht das mit karte zahlen natürlich stücken sie Guten Morgen, ich hätte gerne ein Ticket. Kann ich das mit Karte zahlen? Guten Morgen? Äh, wie spät haben wir es denn dort? Ich meine, guten Abend, guten Abend. Wir haben zwei Uhr, nicht guten Morgen. Baut nicht schlecht. Warte mal, ich mach mal. Verlöschte mal nicht mal. Das ist lieb. Jetzt ist es verloren. Wir müssen was machen. Straße am Schaltwerk. Ja, du bist echt gut. Ja, komm, fahr. Ach, warum fährst du nicht, Junge? Wo ist doch Platz? Ich kann nicht. Bester Taxifahrer. Nichts gegen den Taxifahrer war das. Hallo. Hallo. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Kann ich bitte ein Ticket haben? Guten Morgen. Guten Morgen. Ups. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo? Hallo? Oh, später kann man auch nicht stehen. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020